Musik Hallo! Wir sind Studenten der Comenius Universität Bratislava. Wir sind Studenten der Comenius. Musik Hi, my name is Abby and I'm from the UK. Hallo, ich bin Janika. My name is Janika, I'm from Germany. Servus, ich bin Dennis. My name is Dennis, I'm from Germany. Hola, my name is Raquel and I'm studying here at Comenius University. I'm from Germany. I come from Spain, Madrid. Hola, my name is Emily and I study medicine in Comenius University in Bratislava. I'm from Portugal. Salam, I'm Jabal. I'm an American student. Could you please take off of me? Before I closed off, I populer know about what I did. Ich möchte mich vorstellen. Ich bin der Universität der Medikamenten, der 2. Jahrhundert. Ich stehe eine Universität, die im nächsten Jahr wird 95 Jahre feiern. Wir sind zwischen den 500 besten Universitäten im Weltraum, aus 29.000. In der anderen Universität, wir studieren zwei Branchen. Es ist die Generalmedizin, der Universität wird als M.D., der Medikamenten Doktor, welcher ist in der Europäischen Community, und zweitens, wir haben eine Branche der Dental Surgery. Und die Studenten, nach der Graduierung, bekommen wir den Titel M.D.D., das bedeutet der Medikamenten Doktor, welcher ist in der Europäischen Community, auch. Und die Graduierte kann beginnen zu arbeiten als Dentist, als Dental Surgeon, sofort nach der Graduierung. Since last year, our study is recognized even in the United States of America. It means that practically our students, after graduation, the Diploma M.D. is recognized even in the United States of America. An europa M.D. is accepted in the United States of America. Asked os Aboteока M.D., Herr Hitler war eingefrivo als Urlau 걸, und zwar in e Steel in Umbanda M.D., Ich mag es hier, weil man eine internationale Erfahrung bekommt und ein paar Menschen von vielen anderen Ländern, das ich nicht nach Hause bekommen würde. Ich wollte Englisch studieren, und es ist sehr interessant für mich zu treffen, so viele internationale. Diese Universität wünscht dir die Möglichkeit zu studieren in deinem Karriere, die Medizin ist. Und ich habe es gewählt, weil es eine Art von Menschen zu kennen, außer zu erfahren, die Dinge, die man will lernen. Ich mag es sehr, weil sie einen guten Englischen Programm haben. Ich bin froh mit der Universität. Alles ist großartig. ... ... ... Untertitelung. BR 2018 Bratislava is quite a small city, so it's great for university students, and the people are quite friendly, and I'm sure it's got good nightlife. I like Bratislava because it is not a big city, but it has a really nice old town, and it's really international here. Bratislava is a nice town, nice to make a party, and it's also beautiful. The city is also very pleasant to live.